Scheiße, warum hab ich den nicht gesehen? Fuck! Oh Gott! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Quick Survival Games! Und ja, ich würde nur sagen, wir legen einfach los. Das kannst du jetzt natürlich live kommentieren und ich bin mal echt gespannt, weil ich hab ein paar Hunden gerade eben vorher geübt und... Ich bin guter Dinge, wenn ich doch nur eine Waffe finde, dann kann das geschnetzt sein... Oh Gott, da ist schon einer. Oh, die haben alle eine Waffe. Scheiße, das ist gar nicht gut. Lass hier was sein. Nein, das ist nichts. Hier aber auch nichts Gutes. Ey, was ist denn hier heute los? Keine Schwerte oder was? Ist doch scheiße. Ich hab kein Schwert. Ich hab alles, was ich wünschen kann, aber kein Schwert. Äh... Okay, ich hab ein Schwert, sehr gut. Ich weiß, da war jetzt ne Eisenhose, aber wir scheißen auf die Eisenhose. Würde ich mal sagen. So, äh... Eins, zack. So, gut. Okay, ich hab das jetzt so pro-like auf meine Maus gelegt. Diese, äh, Justin dafür. Ich werde gerade überlegen, ob wir uns vielleicht doch nochmal die Eisenhose holen sollten, aber ich würde sagen, wir lassen uns einfach... Gehen mal auf den. Der hat, glaube ich, ein Steinschwert. Da hinten war auch noch einer. Nicht, dass der uns dann abstaubt. Na schon einfach mal. Gehen wir erstmal auf den. Nicht, dass der uns dann gleich wieder abstaubt. Das wäre äußerst blöd. Okay, der hat nix. Äh, kann ich mit Leben... Hä? Der hatte ein Eisenschwert? What the fuck? Ein Steinschwert. Geil. Okay. So, da links ist einer. Da ist einer. Hab ich Pfeile? Ich hab sogar schon Pfeile. Okay. Äh, ja. Zwei Pfeile nur, aber... Hey, was soll's. Ich hab ein Steinschwert. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Ähm, das war echt Fail von dem. Dass der nicht sein Steinschwert benutzt hat. So, machen wir jetzt hier einen Abstauber. Auch wenn's Assi ist. Sorry. Ist halt ne Taktik. Der wird mich jetzt abstauben. Außer ich wehre mich dagegen. Okay. Der wollte uns abstauben. Aber das war sein Fehler. Okay, jetzt bin ich hier ganz dumm ins TNT gelaufen. So, grad mal schnell umrüsten. Zack. Äh, zack. Eisenheim können wir uns sparen, wie wir wissen. Äh, bin ich das? Oh, ich bin es. Tatsächlich. Okay. Gut. Äh, ich heiße Fuzzi. Also da hat einer eben Fuzzi unter dem Herz geschrieben. Äh, ja. Ob der weiß, dass wir uns genickt haben? Es gibt so Leute, die sehen das immer ganz kurz, wenn sie ganz genau hinschauen. Die wissen dann, dass man ein YouTuber ist. So. Äh, wir haben 21 Pfeile. Was auch sehr schön ist. Das wird echt ne schöne Runde, glaub ich. Ja gut. Äh, schauen wir mal. Dahinten sind zwei. Äh, oh Gott. Der eine hat echt keine schlechten Sachen. Äh, da muss ich jetzt mal aufpassen. Ach ja, was ich euch sagen wollte, ne. Es kommen jetzt heute und morgen leider keine Battle-Folgen, weil ein Teilnehmer irgendwie total verschlafen hat, dass wir aufnehmen müssen oder noch können. What the fuck? Waren wir da eben mit einem, äh, Schlag down? Ich will's gar nicht wissen. Aber ich glaub auf den müssen wir aufpassen. Der scheint sehr, sehr gut zu sein mit Bogen und allem. Okay. Äh, der rennt einfach weg und plantet mal so TNT. Scheiße, warum hab ich den nicht gesehen? Fuck. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Mann. Verdammt. Egal, wir haben einfach ne Runde hinten dran. Das, äh, ach, das hätte jetzt so schön sein können. Ich hab irgendwie, das hat so leicht geruckelt. Ich weiß echt nicht, warum das jetzt eben so passiert ist, aber egal. Gehen wir einfach direkt in die nächste Runde rein und schauen wir mal, was hier raus wird. Ähm, ja, mal schauen. So. Bin mal gespannt, wie diese Runde wird. Vielleicht schaffen wir diese Runde. Man muss ja auch mal das zeigen, wenn man verliert, ne? Gehört ja auch dazu, so. Äh, okay. Hm, oh Gott, ich hasse diese Map. Da ist ne Kiste und da ist ne Kiste. Und man weiß nie in welcher, was, einen was erwartet. So. Okay, wir haben ein Schwert. Äh, anziehen. Anziehen. Äh. Ja, geh halt gleich auf mich rauf, okay. Ich wollte dich erst noch in Frieden lassen, aber gut. Hab ich ja auch kein Problem mit, ne? So, zack, zack, zack. Okay. Das Problem ist bei dem anderen, ich wollte grad was essen und dann ist mir aufgefallen, dass da noch einer hinter geht. Das war richtig blöd. Leute, ich musste nämlich noch was essen, dann war ich irgendwie gar nicht darauf vorbereitet. Das war ein bisschen Dummheit von mir, weil ich mich nicht umgeschaut hatte. Das heißt, immer wieder einmal kurz umgucken. So. Äh, ich hab keine Brustplatte. Das ist nicht so gut. Und der hier, der hat einfach mal nen Hack. Okay. Geil. Mhm. Ich weiß nicht, aber das hat schon so ausgesehen, als ob der gehackt hat. Wollen wir mal kurz gucken. Der fette Baddy hackt der? Weiß nicht, weil der ist ja einfach so... Der hat geschlagen und irgendwie ganz chillig und der hat sich nicht mal zu mich umgedreht und der hat mich einfach die ganze Zeit getroffen. Das war auch ganz cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Ne, doch, Knockback bekommt der. Aber... Ja, aber wie der mit dem Kopf dreht. Das sieht... Der läuft um den rum und trifft ihn einfach jedes Mal und dreht den Kopf so komisch. Das ist, also das ist für mich... Das sieht so nach Kill-Aura aus. Alleine schon wieder den Kopf gerade, wie der eben so gedreht hat. Sehr, sehr komisch. Ja, warum dreht der den Kopf immer so? Das ist so richtig komisch. Das ist eigentlich... Also dieses Kopf drehen Indiz ist eindeutig eigentlich dafür, dass man... Ich meine, warum sonst sollte er sich so umdrehen, während er gegen ihn kämpft und er nicht um ihn herumläuft? Das ist total... So richtig Kill-Aura-Style eigentlich. Also ganz ehrlich... Ich würde sagen, der hat Kill-Aura. Wow! Ich habe ihn sogar noch gekillt. Nice! So! Und hier sind wir dann noch in einer Runde drangehängt auf einer Map, die sehr interessant aussieht mit dem Namen Super Mario, die ich noch überhaupt nie gespielt habe. Und das ist ja mal eine geile Kiste gewesen. Ohne Spaß. Diese zufälligen Kisten hier, die sind so geil befüllt, das könnte ich nicht besser machen. Überhaupt nicht besser. Wirklich. Also ohne Spaß. Wer dieses Plug-In hier so konfiguriert hat, dass der so die Kisten auffüllt, der... Ich weiß es ja auch nicht, ne? So. Der hat auf jeden Fall ein geiles Schwert. Oh! Das... Das war gut. So. Okay. Müssen wir jetzt schnell was essen und uns sneaken und uns dann dieses wunderschöne Stück Schwert anziehen. So, ich stehe mich jetzt einfach mal hier so hin. Schwert. Oh, wir sind jetzt sogar ziemlich gut Iron. Aber wir haben kein Essen. Das ist blöd. Das heißt, wir werden uns jetzt mal ganz vorsichtig die Leiter hoch wagen und mal gucken, ob wir den da vielleicht... Scheiße, man. Da braut sich einiges zusammen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so wirklich Bock drauf habe. Ich würde mal sagen, wir gehen kurz mal in diese Kiste. Okay. Pfeile sind immer gut. Das Schwert nehmen wir gerade mal weg. Nicht, dass es irgendein anderer nimmt. Aber essen wäre echt nicht schlecht. Muss ich schon sagen. So. Gehen wir mal nach oben zu dem. Ich glaube, der hat uns nicht bemerkt. Ansonsten würde der ein bisschen... Scheiße, ist da hinter mir gerade eben einer gewesen? Schauen wir mal kurz. Ja. Da kommt auch einer von hinten. Äh... Der... Der sieht aber so aus, als ob der auf Karte ist. Was macht der andere? Der läuft rechts neben mir. Aber der kommt so schnell nicht mehr her. Gut. Ich würde sagen, wir gehen auf den. Scheiße, der hat Fein und Bogen. Das ist in der Position, in der ich hier gerade bin, gar nicht gut. Komm, komm, komm. Ja, nice. Scheiße, da unten ist einer. Fuck. Fuck. Komm nicht nach oben. Komm hier nicht nach oben. Bitte. Bloß nicht. Ich bin nicht hier. Lalalalala. Ich habe noch gerade genug Essen, um mich zu wrecken. Also wenn der mich jetzt... Scheiße. Oh Gott, ich hätte vielleicht einfach auf ihn rauf gehen sollen. Ich glaube, das sind die beiden, oder? Sind das die beiden? Oh man, ich habe viel zu wenig Essen. Ich kann mich nicht wrecken. Das ist blöd. So. Das sind die beiden da unten. Ich würde mal sagen, wir wagen uns jetzt mal an diese Kiste hier. Okay. Da war nichts geiles drin. Scheiße, ich brauche unbedingt was zum Essen. Oh nee. Das ist doch... Kacke. Ich finde das richtig kacke. Essen. Okay. Sehr gut. Gott sei Dank. Also ein großes Dankeschön an den, der das da drin gelassen hat. Okay. Noch mehr Essen. Sehr gut. Weil Steffnitsch geht auch schon gleich los. Und ich habe noch keinen Fallen... Äh... Noch keinen Bogen meine ich. Ansonsten bin ich Full Iron sozusagen. Bis auf den Helmer. Der spielt eh keine Rolle. Ähm... Ja. Fall und Bogen wäre halt echt sehr schön. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich habe auf jeden Fall einen Steinschwert. Das kann auch noch mal einiges rausreißen. Wobei Pfeil und Bogen echt sehr schön gewesen wäre. Und ein wenig mehr Essen würde den Ganzen hier auch keinen Abbruch tun. Aber okay. Wir schauen einfach mal was auf uns zukommt. Oh Gott. Ich hasse sowas. Dadadadam. Deathmatch. Okay. Erstmal sneaken und kurz die Gegend beobachten. So. Da sind zwei und wir sind auch zu viert. Okay. Wir sind zu viert. Hm. Ich warte jetzt erstmal ab. So. Ach. Der ist Full Dia. Naja. Nicht Full Dia. Aber der ist Dia. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Ich habe nicht mal genug Essen. Es kann sein, dass ich in den Kampf komme und dann einfach nicht immer wracken kann. Das ist voll blöd. Und der hat jetzt wahrscheinlich ein Eisenschwert oder? Komm. Gehen wir einfach mal auf dich. Schauen wir mal was für PvP-Skills du hast. Ich hoffe ich werde jetzt nicht gleich abgestaubt von hinten. Scheiße. Fuck. Das war gerade so knapp. Das gibt es nicht. Wenn jetzt einer kommt, dann bin ich sowas von dem Arsch. Ich habe einen Bogen, 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 Bogen. Oh Gott. Ich bin sowas von einem. Gabutt fast. Einfach mal sneaken. Einfach mal sneaken. Okay. Einfach wracken. Ich will einfach nur wracken. Bitte, 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 bitte. Lass mich einfach wracken. Da hinten sind zwei. Es leben noch zwei Leute und die sind beide da hinten. Die sollen sich jetzt erstmal bekämpfen. Ich will einfach nur wracken. Bitte. Bitte lass mich wracken. Oh Gott. Ich zittere gerade leicht. Bitte lass mich einfach wracken. Bitte, 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 bitte. Okay. Ich sneak mich jetzt hier einfach. Oder der wird vielleicht auch wenig Legen haben. Scheiße, wo ist sein Namenschild? Ich sehe das jetzt nämlich auch gerade nicht mehr. Äh. Ich frag einfach mal Fair. Okay. Das sollte eigentlich ein Fragezeichen sein. Nein. Ich bin so bell. Ich hab bestimmt so Mädchenskin. Ja. Jut. Hä? Was? Was meint der damit? Äh. Ich hoffe, der meint Jo oder so. Ich hab einfach mal okay. Ja. Müssen wir ja mal gucken. Da hinten steht er so. Ähm. Äh. Bogen. Wie viele Pfeile hab ich? Ich hab nämlich nur. Ah ne. Ich hab einen Stack Pfeile. Das ist gut. So. Bogen. Schreibt er was? Ne. Ich zieh alle Rüstung aus? Was? Okay, der geht okay. Hä? Was wolltest du denn jetzt machen? Wolltest du jetzt so ne linke Nummer durchziehen oder was? Mein lieber Freund. Okay. Ne. Ich glaub den hab ich gerade ziemlich gut gekombot. Das wird jetzt einfach. Ja. Okay. GG. Schreib ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob der mich jetzt verarschen wollte. Ich glaub nämlich schon, dass der mich verarschen wollte. Aber egal. War ein schönes Game. Und äh. Okay. Äh. Ja. Ich geb auch immer gerne den Lex die Schuld, wenn man verliert. Aber das ist dann meistens einfach Pech. Aber ja gut. GG. Auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall keine Lex. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Tschüss Leute.